Hey und herzlich willkommen zu Part 18 von Let's Play Die Sims 4 Anno Legacy. Wir sind wieder zurück mit unserer wunderbaren Annie... Wer kennt sie nicht? Mit unserer wunderbaren Annie und dem lieben Olaf. Und heute ist ein aufregender Tag, denn heute wird Annie fast sterben. Nein, ich weiß noch nicht ganz genau, ob das alles so aufgeht, wie ich das geplant habe. Aber in den Disney Legacy Regeln steht ja, dass wir in dieser Generation eben aufgrund unserer Liebschaft eine Nahtoderfahrung haben müssen. Also so wie mit Hans bei Frozen. Und das ist ja sozusagen dann unser Makoto. Und wir haben ja im letzten Part beschlossen, dass wir auf den Gipfel klettern werden. Also wir werden eine Bergtour machen. Annie ist natürlich eigentlich noch überhaupt gar nicht bereit dafür. Aber sie möchte Makoto auch irgendwie beeindrucken. Er hat sie eingeladen, dass sie zusammen diesen Berg erklimmen können. Und wir werden sehen, was da heute genau passieren wird. Und ja, wie gefährlich es dann am Ende wird. Ich meine, das Risiko ist tatsächlich trotzdem gegeben, dass Annie wirklich stirbt. Also wir müssen auf jeden Fall die ganze Zeit speichern, damit wir hier nicht irgendwelche Probleme haben. Und falls sie wirklich sterben sollte, tun wir einfach so, als wäre sie ins Koma gefallen oder so. Okay? Und dann beleben wir sie wieder. Also wir machen das schon. Warum lache ich? Das ist überhaupt nicht witzig. Auf jeden Fall freue ich mich aber sehr auf diesen Part. Im letzten Part habe ich euch am Ende noch gefragt, ob wir vielleicht doch ein bisschen Interesse an unserem attraktiven Kollegen haben. Das ist der Arzt. Ich glaube, wie heißt der? Hinata? Wie heißt der so mit Nachnamen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir ihm einen Umstelling gegeben und er ist Chefskiss geworden. Also ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Aber darum werden wir uns ein anderes Mal kümmern. Denn heute geht es erstmal an unseren ersten Step, nämlich die Nahtoderfahrung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Part. Let's go! Hier sehen wir unsere wunderbare Annie. Und ihr seht, sie ist ready. Sie ist mehr als ready übrigens wegen des Umstylings. Der Part ist jetzt online gegangen und ich habe eure Kommentare gelesen. Einige fanden die Frisur zu alt, also dass sie damit schon zu erwachsen aussieht. Aber sie ist ja jetzt eine Erwachsene und ich habe mich auch wirklich dazu entschieden, dass sie erwachsen bleibt, weil ich das einfach sehr schlüssig finde und mir gefällt das so ganz gut. Und deswegen werde ich die Frisur aus so lassen. Weil ich das halt gut finde, dass sie dadurch ein bisschen älter aussieht. Weil viele fanden die Frisur auch gut. Wenn ihr jetzt alle gesagt hättet, oh mein Gott, Nina, das passt überhaupt nicht so ihr, dann hätte ich es natürlich geändert. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Aber ein Kommentar hat mich sehr überzeugt, denn eine Person hat geschrieben, dass sie selber Krankenschwester ist und original immer diese Frisur trägt. Und dann dachte ich so, hör mal, perfekt, machen wir. Deswegen lassen wir die Frisur jetzt erstmal so. Bedeutet ja nicht, dass wir nicht vielleicht später trotzdem nochmal ein Umstelling machen. Ansonsten, wie gesagt, steht Annie jetzt hier mega ready in ihrem kleinen Badezimmer. Das haben wir ja auch, ich glaube, im letzten Part noch ein bisschen umgestaltet. Oder war es der vorletzte Part? Ich weiß es nicht mehr. Ihr seht schon, Uli ist mega dreckig. Er braucht dringend eine Badewanne. Und ihr wisst, wie das bei mir ist. Ich glaube, es läuft wieder auf eine Outdoor-Badewanne hinaus. Weil, was soll man machen? Ich wünschte, ich hätte einfach die alte Badewanne mitgenommen. Also die aus dem alten Haus. Aber Pustekuchen haben wir natürlich nicht. Und Musik haben wir auch nicht. So. Aber ich hole jetzt einfach die Badewanne wieder, die wir halt immer kaufen. Ich weiß, es ist absolute Geldverschwendung hier wieder. Aber wir brauchen halt eine Badewanne für unseren kleinen Uli. 150 Simoleons. Das können wir gerade noch verkraften. Und dann können wir ihm hier so eine süße Outdoor-Badewanne hinstellen. Vielleicht können wir das sogar so ein bisschen kuschelig machen, dass wir auch mal einen schönen Garten haben. Weil so ist unser Garten jetzt immer irgendwie pragmatisch. Ich will mal wieder ein bisschen schön bauen. Aber nicht jetzt. Weil jetzt ist es Zeit. Ja komm, wir waschen erst unseren Hund. Und dann ist es Zeit, auf den Berg zu gehen. Weil Annie geht es wirklich gut. Also sie ist perfekt darauf vorbereitet, heute diesen Tag zu bestreiten. Ich bin sehr gespannt, was Marco Tutz zu meinem Plan sagt. Wahrscheinlich sagt er gleich so, Nee, doch nicht. Sorry. Ich werde ihn jetzt erst mal hierhin einladen. Weil ich möchte ihm den Haushalt hinzufügen. Weil, also nur für heute, er soll der Bergführer sein. Also der, der die Bergtour macht. Und ich glaube, so kann ich jetzt nur auswählen, dass Annie der Bergführer ist. Und das möchte ich halt nicht, weil es für die Story nicht so passt. Deswegen werden wir ihm dem Haushalt dann hinzufügen. Natürlich werde ich ihn wieder rausschmeißen. Das ist ja ganz klar. Das steht fest. Aber erst mal wird er jetzt ein Teil der Family. Ich bin sehr gespannt, welche dunklen Geheimnisse wir darüber jetzt auch wieder erfahren werden. Weil es kann natürlich sein, dass er noch etwas vor uns verbirgt, was wir noch gar nicht wissen. Aber hier ist er auch schon. Und wir werden jetzt direkt mal zu ihm gehen und ihn natürlich liebevoll begrüßen. Weil wir haben ihn ja jetzt auch länger schon nicht gesehen. Er hatte sich ja nicht mehr bei uns gemeldet. Ich meine, wir auch nicht, ne? Aber ihr wisst, wie der Hase läuft. Frost Infinity ist nicht diejenige, die sich meldet. So ist das immer. Und er ist direkt angespannt. Wieso freut er sich nicht, uns zu sehen? Oh mein Gott. Naja, okay. Wir knutschen ihn noch mal ganz kurz ab. Und dann werde ich ihn dem Haushalt hinzufügen. Einmal ganz kurz knutschi, knutschi. Ja, ihr Süßen. Toll. Und dann werden wir ihn hinzufügen. Oh mein Gott. Ich will ihn nicht im Inventor haben. Im Haushalt haben. Guck mal. Er ist einfach angespannt. Obwohl er nicht angespannt ist. Was hat er hier? Fein. Er hat das Bestreben staatsweit? Wait, wusste ich das? Ähm. War ich das? Nee, ich war das nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil ich bin mir sehr sicher, als ich ihn damals umgestylt habe, habe ich nicht das Bestreben geändert, oder? Okay. Sagt viel über ihn aus, hör mal. Sagt viel über ihn aus. Vielleicht wusste ich es aber doch auch schon. Nur ich habe es wieder vergessen. Ihr wisst, mein Hirn ist ein Sieb. Okay. Jetzt werden wir die Tour angehen. Er ist tatsächlich noch ein junger Erwachsener. Ein Jungsponn, hör mal. Ein Ereignis hinzufügen. Und zwar die Bergtour. Tü-dü. Und er wird der Bergführer. Ach so, warte, bevor wir das machen, werde ich ihm noch die Fähigkeit cheaten. Weil jetzt gerade hat er sie noch nicht. Und er soll halt richtig gut klettern können. Und deswegen wird er da auch dann so übermütig. Thanks, the Lord, für MC Command Center. Okay, wir machen mal, ich würde sagen, Stufe 8. All right. Sehr gut. Und dann werden wir nun einstarten. Und mitkommt ansonsten natürlich nur Annie. Und wir werden im Onsen-Badehaus starten. Und zwar genau jetzt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin mal gespannt, wie wir uns so schlagen. Wir müssen noch ganz kurz an den Automaten und uns ein paar Sachen besorgen. Ich hoffe, dass wir genügend Geld haben. Ansonsten gehen wir relativ unvorbereitet in die Sache. Aber ich meine, dafür ist ja eigentlich auch Marco To verantwortlich. Weil er kennt das. Und er müsste uns sagen so, hey, du brauchst noch die und die Sachen. Aber er sagt wahrscheinlich so, Annie, das ist was für Anfänger. Wir brauchen kein Zelt. Deswegen werden wir vielleicht nur mal ein paar Snacks holen. Wo geht das noch mal? Krimskrams, ist das der? Ich glaube, es ist der Krimskrams-Automat. Die Wetterverhältnisse sind auch nicht sonderlich gut. Also ich bin mal gespannt, ob das überhaupt alles so klappt. Nee, dafür, da können wir nichts kaufen. Okay, hier können wir, wir nehmen mal fünf heiße Zwiebelsuppen mit, damit wir wenigstens irgendwas dabei haben. Ich denke, das ist was, was Annie machen würde. Und ansonsten sagt Marco To dann eben so, Ach, Annie, also da oben in den Basiscamps, da sind Zelte ohne Ende. Ich war da schon immer. Also stell dich nicht so an. Wir brauchen kein eigenes Zelt. Das ist Geldverschwendung. Okay, und deswegen müssen wir jetzt losziehen, ohne sonderlich viel Vorbereitung. Annie wird sich natürlich noch ihre praktische Kleidung anziehen und nicht ihre schöne Outdoor-Kleidung. Also ich meine, das ist auch ein sehr schönes Outfit. Aber ich glaube, das ist ein bisschen besser fürs Klettern geeignet als das andere. Wir werden uns nun in der Nähe der Wanderkartenmarkierung an der Spitze der Kletterroute markieren. Ich glaube, das ist dann das hier oben, oder? Oh Gott, also das Wetter ist wirklich schrecklich. Ich ahne Böses. Ist das hier das Richtige? Ah, das hier ist die Wanderkartenmarkierung. Ich hab's, okay. Also werden wir nun hier einmal hochgehen. Das machen wir vielleicht zusammen. Zusammen hier hingehen. Okay, Makoto war schon ready to relax. Er wollte sich schon im Badehaus entspannen. Sein Outdoor-Outfit ist ja jetzt auch noch nicht so kletterig. Wir geben ihm mal ganz kurz noch so eine richtige Kletterkleidung. Damit das Ganze ein bisschen authentischer ist. Okay, so sieht der ja wohl mal maximal cool aus. Ich meine, eigentlich bräuchte er ja jetzt keine Schneebrille. Aber das ist für den Spice. Weil, ne, da oben ist es hell und dann zieht man halt die Skibrille an. Ist ja ganz klar. Ich hab ehrlich ein bisschen Sorge um Annie, ne? Aber das Gute ist halt auch, wenn er in unserem Haushalt ist, selbst wenn Annie sterben würde, können wir sie halt wirklich schnell zurückholen. Ohne dass das Spiel eine Krise kriegt. Weil ohne Sinn kann man ja nicht spielen. Okay, Annie ist schon oben angekommen. Sie ist mega kokett und sie freut sich mega auf den Tag mit Makoto. Dass die zwei jetzt endlich, ja, hier in Mount Kumorabi versammelt sind. Und quasi der Moment gekommen ist, worauf sie sich die ganze Zeit gefreut hat. Dass er ihr quasi seine Stadt zeigt. Doch sie weiß noch nicht, was sie erwartet. Aber da kommt er auch schon angestapft. Und Annie sagt, bist du dir sicher, dass wir bei dem Wetter auf den Berg können? Und er sagt, klar, mach dir keine Gedanken. Das wird super, Annie. Wir erzählen mal ein paar Verschwörungstheorien und erzählen mir so, weißt du, ich hab viele Geschichten gehört, dass man, wenn es doll schneit, nicht den Berg erklimmen soll. Und er sagt, Annie, wer ist der Profi hier? Ich oder du? Vertrau mir doch mal ein bisschen. Wir klettern da jetzt ganz entspannt hoch und dann wird das großartig. Er wird jetzt einmal beherzt klettern, weil er macht natürlich einen auf dicke Hose. Und Annie schaut erst mal von unten zu. Ei, 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 ei. Ob Annie das überhaupt schafft? Annie Girl, du musst schon hier bleiben, ne? Schau ihm zu. Prüf mal die Kletterbedingungen. Oh mein Gott, guckt euch das an, wie er da hochjumpt. Wow. Okay, und wir kriegen die Nachricht, ob er klettern mag. Hör mal, ja, ist okay. Und Annie ist immer noch unsicher, steht immer noch hier unten und wartet. Annie hat noch keine Kletterausrüstung gekauft. Oh, kaufe Kletterausrüstung an einem Computer und lege sie vor dem Klettern an, um deine Chancen erheblich zu erhöhen. Oh mein Gott, das hat Annie nicht. Das ist für Anfänger, Annie. Ich bin noch da. Ich passe auf dich auf. Okay. Na gut, wenn du das sagst. Oh oh, Annie, komm, du schaffst das. Du bist so sportlich. Komm schon, Annie. Das ist der erste Berg. Ich habe jetzt schon so Angst um sie. Oh mein Gott, okay, sie ist runtergefallen, aber sie schafft das. Komm, du schaffst das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm Annie, du schaffst das. Streng dich an. Oh oh. Level 4 der Kletterfähigkeit. Nice. Sie kann ihre Hände mit Talcum-Puder einreiben, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Lou, was machst du denn hier? Oh mein Gott. Annie, bist du dir sicher, dass du da hoch möchtest? Und Annie sagt, ja klar, Makoto ist bei mir. Dad, was machst du hier? Ich wollte dich einfach nur nochmal fragen, ob du dir wirklich sicher bist, dass heute der perfekte Tag ist, um auf diesem Berg hochzuklettern. Dad, ich mache das schon. Lass mich bitte in Ruhe. Oh, okay Annie, pass auf dich auf. Und er geht jetzt wieder. Oh mein Gott, aber süß. Das passt ja so schön, dass er dabei war quasi. Und dass er weiß, dass Annie hier jetzt gerade eine lebensgefährliche Aktion macht. Oh mein Gott, aber das sieht sehr gut aus, Annie. Du wirst es schaffen. Was stand da jetzt noch? Ihr stehen mehr Klettermöglichkeiten zur Verfügung, um die Kletterrouten mittlerer Höhe zu bewältigen. Okay. Annie, ja, you got this. Nice. Sehr gut. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich kann es nicht glauben. Und er sagt, ja, super. Dann lass uns weitergehen. Okay, er sollte jetzt eigentlich die Kletterbereitschaft der Teilnehmer prüfen, aber dafür hat er natürlich keine Zeit. Das hat länger gedauert, als erwartet. Also, lass uns weitermachen. Oh mein Gott. Ich muss dazu sagen, ich habe das bisher erst einmal gemacht, als ich mir das Pack das allererste Mal angeguckt habe. Da habe ich das so im Speedrun gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe auch gar nicht mehr in Erinnerung, was hier oben überhaupt alles ist. Ich weiß, dass man ganz oben ein Grundstück haben kann dann, was halt da versteckt ist, aber ich glaube, bis dahin werden wir es gar nicht schaffen. Hier sehen die Gegebenheiten jetzt gerade ziemlich gut aus. Also, immerhin das. Die Stimmung ist prächtig, als die Gruppe den ersten Abschnitt des Aufstiegs auf den Mount Komo Raby erfolgreich meistert und das nächste Ziel erreicht. Alle erhalten ein Bergsteiger-T-Shirt als Beweis, dass sie es soweit geschafft haben. Yay! Okay, dann gehen wir weiter. Ich weiß überhaupt nicht, wo lang. Okay. Vielleicht können wir jetzt schon mal die ganze Zeit so ein bisschen streiten, weil ihnen das halt alles zu lange dauert. Wir werden einmal ganz kurz ein bisschen böse zu ihr sein. Werden ihr sagen, weißt du, Annie, dafür, dass du immer sagst, du wärst so sportlich, hat das ganz schön lange gedauert. Und sie sagt, hey, das ist ganz schön gemein. Oh, ich liebe es. Lass uns einfach weitergehen. Da oben ist das Zelt, glaube ich. Okay, dann gehen wir jetzt, stapfen wir mal hier hoch und werden weiterziehen. Hier ist ein Pippi-Busch und ein Zelt, in dem man schlafen kann. Und hier ist eine Brücke, über die man gehen kann. Darunter ist eine tiefe Schlucht. Oh mein Gott, das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Also ich mag das schon richtig gern. Nicht ohne Grund. Gehört ab ins Schneeparadies auch zu meinen Favorites. Jetzt nicht vom Gameplay her, so dass ich sage, ich muss das jeden Tag in meinem Spiel haben, aber das Pack alleine bringt so viel neuen Content und wirklich halt so dieses Gefühl, okay, wir machen jetzt hier einen richtigen Skiurlaub mit allem, was dazugehört und so. Finde ich richtig geil. Und sie stapft natürlich wieder hinter Makoto her und er hat keine Geduld dafür, dass sie hinterherkommt. Sie hat auch langsam Hunger und sagt, hey, können wir eine kleine Pause machen? Und er sagt, guck doch das Wetter an, Annie. Wir müssen das ausnutzen. Lass uns weitergehen. Essen können wir immer noch später mit einer richtig guten Aussicht. Ich kann diesen Assi auch wirklich gut verkörpern, muss ich mal sagen. Ihm geht es halt auch noch wirklich richtig, richtig gut. Ihm ist es alles komplett egal. Wir sollten wieder die Leute markieren, Bedingungen der Kletterroute prüfen, eine Steinwand erklimmen, eins in mindestens eine Stunde ausruhen lassen. Das ist natürlich wieder was, was ihm absolut nicht wichtig ist. Können wir? Können wir nicht. Warum nicht? Also, ihr wisst, was ich vielleicht, ne? Genau. Wartet mal ganz kurz. Mit Schwielen an den Händen prallen. Guckt ihr das an? Und diese Hände sorgen dafür, dass ich so schnell diesen Berg herauf klettern kann. Jetzt mal ganz kurz. Also, wenn wir schon mal hier sind. Also, Annie, ich habe es gerade nicht so gemeint. Weißt du, du siehst heute außerordentlich gut aus. Warum können wir da drin kein Techtel-Michtel machen? Also, das wäre, glaube ich, so etwas Manipulatives, was er tun würde. Wir gucken mal, ob wir gleich die Möglichkeit dafür bekommen. Wir küssen sie mal. Hey, Annie, ich habe es wirklich nicht so gemeint. Das war doch nur ein Witz. Ich wollte doch nur ein bisschen stacheln. Weißt du, was ich lieb, das neckt sich doch. Das sagt man schon seit der Zeit meiner Großeltern. Also, du machst das wirklich gut. Glaub mir. Und dann werden wir jetzt noch mal kurz sie umarmen. Es ist so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Okay, und er denkt sich einfach nur so, okay, können wir jetzt weitergehen? Weil anscheinend können wir leider kein Techtel-Michtel machen. Ich glaube, dafür sind die zwei gerade zu angespannt. Gut, genug Pause gemacht. Lass uns weitergehen. Der Berg wartet nicht und wir klettern natürlich wieder beherzt. Und Annie klettert vorsichtig. Sie ist jetzt auch wieder motiviert, dadurch, dass er ihr ein bisschen Zuspruch gegeben hat. Weiß sie jetzt, okay, ich kann das schaffen. Ich werde das schaffen. Und los geht's. Wer als erster oben ist? Und Makoto, Annie sagt, Makoto, das ist nicht fair. Pass bitte auf dich auf. Ich habe das Gefühl, dass es hier ziemlich gefährlich ist. Oh mein Gott, ich bin gleich bei dir. Ich bin schon oben. Und er fühlt sich natürlich wieder richtig krass, dass er oben angekommen ist. Annie, wo bleibst du denn? Ich bin ja gleich da. Warte. Es ist nicht so einfach, weißt du? Der guckt von oben runter und macht noch ein paar Sit-Ups. Oh mein Gott, wie arrogant kann man eigentlich sein? Oh mein Gott. Okay, ja, ich habe es geschafft. Ich bin da. Wir können weitergehen und Annie ist jetzt auch ein bisschen sauer, deswegen stapft sie vielleicht schon ein bisschen voraus. Okay, wir müssen, ich glaube, wir müssen einfach geradeaus. Lass uns weitermachen. Wir machen weiter. Oh mein Gott, die wollten gerade wieder irgendwas Romantisches machen. Das kann schön aufregen, muss ich sagen. Siehst du, wir hätten nicht so lange rumtrödeln sollen. Jetzt ist hier oben schlechte Sicht, aber kein Problem für mich. Wir schaffen das natürlich trotzdem. Och, Kartoffeln. Süß, hier wachsen einfach Kartoffeln. Oh, Makoto, da ist ein Feuer. Wir könnten uns kurz ausruhen. Und er sagt, ausruhen? Wir werden uns nicht ausruhen, Annie. Wir haben doch noch ein Ziel vor Augen. Und wir haben die Nachricht bekommen, der Aufstieg zum Toketsu-Eisfall war kalt und wunderschön. Auf diesem Wegabschnitt gibt es Raum für Verbesserung. Der Bergführer hat das Merkmal mittelmäßiger Bergsteiger erhalten. Oh, es ist ganz schön rutschig hier oben und ziemlich kalt. Heidewitzka. Guck mal, Schneegewitter und Frost. Okay, Makoto, bist du dir sicher, dass wir weitergehen sollten und nicht umkehren? Nein, nein, so ein Quatsch. Wir, wir werden weitergehen. Das bisschen Schnee kann uns doch nicht aufhalten. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich diese Wand hochkomme. Ach, Annie, du hast es bis hierhin geschafft, also schaffst du es auch weiterhin. Na los, komm. Oh, Makoto ist donnert. Ich, ich würde lieber zurückkehren, weißt du, ich habe auch mittlerweile ganz schön Hunger. Hör auf, rumzuheulen. Die Kletterwandbedingungen können wir nur prüfen. Sie kommt hier gar nicht hoch. Guck, wie einfach das ist. Tu dir keinen Zwang an, folg mir. Makoto, ich schaff das nicht. Na komm schon, Annie. Ich bin schon fast oben. Willst du, dass ich alleine hochgehe? Deine Kletterfähigkeit ist zu gering, um hier zu klettern. Makoto, ich, ich kann das nicht. Ich kann von hier nicht weitergehen. Ich bin oben angekommen. Was ist mit dir? Oh mein Gott, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir weiter fortgehen sollen. Weißt du, ich glaube, ich will mich noch ein bisschen ausruhen. Und er sagt, oh mein Gott. Ja, dann, dann tu es halt. Ich warte hier oben auf dich. Sie wird sich jetzt ein bisschen hier ausruhen und merkt langsam, dass ihre Kräfte nachlassen. Und sie trinkt eine ihrer Suppen, die sie zum Glück mitgenommen hat. Das tut gut. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Dadurch muss sie voll pipi. Oh no. Hier geht es jetzt dann weiter. Wow. Es ist wirklich schön hier, aber auch wirklich gefährlich und es wird langsam dunkel. Lu ruft nochmal an. Hi Annie, ich, äh, ich, äh, 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 Dad, ich kann dich nicht verstehen. Ich, äh, 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 Verbindung abgebrochen. Und sie merkt langsam, dass die Wetterverhältnisse immer schlechter und schlechter werden. Makoto, können wir nicht zurückgehen? Und er ruft von oben runter. Pff, Annie, jetzt ist es zu spät zurückzugehen. Wie willst du nach unten kommen? Wir haben keine Sicht. Und was schlägst du vor, was wir nun tun? Naja, äh, ich denke, wir bleiben hier. Oh mein Gott. Äh, ich komme jetzt erst mal wieder zu dir runter. Wir müssen das Feuer anbrennen halten. Wir können es uns gemütlich machen mit... Annie, komm her, wir setzen uns zusammen ans Feuer. Okay, ich bin mal... Also Annie macht hier gerade wieder einen Feuertanz, keine Ahnung. Wir werden das zusammen schon durchstehen. Ich habe das schon tausendmal gemacht, weißt du? Hey, das ist ja voll die süße Interaktion. Sweet. Sweet. Ich bin doch bei dir, Annie. Mach dir keine Sorgen. Und natürlich macht Makoto sich selber Sorgen. Er weiß nicht, wie die beiden hier die Nacht überstehen sollen. Ohne Zelt und ohne viel zu essen. Ich werde nur mal hochklettern und gucken, ob ich, naja, oben irgendwie eine Art Unterschlupf oder so für uns finde. Okay? Oh mein Gott. Wir wurden jetzt hier zurückgelassen. Niemand weiß, dass wir hier sind. Es war eine Herausforderung, aber nachdem die Gruppe den Toketsu Eisfall durchquert hatte, erreichte sie schließlich den Gipfel. Alle sind erleichtert, dass es vorbei ist. Die Gruppenmitglieder können eine ausgereihe. Ah ja, okay. Makoto, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, dass wir jetzt hier sind. Ach, Annie, du machst dir immer zu viel Gedanken. Sie schaufelt ein bisschen Schnee. Ich werde mich mal umsehen, ob ich hier irgendwo einen Unterschlupf für uns finde. Ich weiß, dass es irgendwo eine Höhle gibt, aber ich glaube, das ist nicht auf dieser Höhe. Und das Feuer ist ausgegangen. Oh oh. Hier, Eingang versperrt. Es ist eingestürzt. Annie, hier oben ist eine eingestürzte Höhle. Und was bringt uns eine eingestürzte Höhle? Keine Ahnung, ich wollte es dir nur sagen. Wow. Hat das dann mit den Wetterverhältnissen zu tun? Und die Wetterverhältnisse werden immer schlimmer und schlimmer. Und den beiden geht es immer schlechter und schlechter. Annie, ich versuche eine Geschichte hier zu erzählen. Und Annie merkt, wie sie langsam müde wird. Und sie kämpft sich durch die eisige Kälte immer noch auf der Suche nach einem Unterschlupf. Sie denkt, sie könnte ein Iglu bauen. Makoto wird sich jetzt gleich einpieseln. Und jetzt wird er sauer, weil er sich eben jetzt eingepieselt hat. Und das ist ihm natürlich alles super unangenehm. Annie stinkt auch schon mega. Weißt du, Annie, das ist einfach nur deine Schuld. Jedes Mal, wenn ich hier alleine war, war gar nichts. Jetzt bist du dabei. Und naja, das passiert. Ich habe hier oben noch nie festgesteckt. Und hör auf, diesen dämlichen Schneemann zu bauen. Das ist so, Olaf. Oh mein Gott. Das ist so gemein. Hör auf, sowas zu sagen. Oh mein Gott. Was will sie machen? Annie, hör auf, ihn auch noch zu besänftigen. Ich weiß nicht so richtig, was wir jetzt hier machen sollen. Dein dämliches Handy bringt uns jetzt auch nichts mehr. Dann wird er jetzt nochmal sagen, ein Nichtsnutz bist du, Annie. Ein Nichtsnutz. Ich habe es von vornherein geahnt, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Und du sagtest, wie sportlich du bist. Und wie sehr du an Extremsportarten interessiert bist. Ich wusste, dass das einfach nur leere Worte sind. Weißt du, ich werde jetzt versuchen, diese eingestürzte Höhle da oben aufzubrechen. Makoto, tu das nicht. Es ist, es ist gefährlich. Du bist zu müde. Und es ist zu schlechte Sicht. Es ist rutschig und kalt und eisig. Bitte bleib hier. Hatsi lässt sich natürlich nicht davon abhalten, trotzdem hochzuklettern. Das ist alles gar kein Problem für mich, Annie. Nur weil es ein Problem für dich ist, heißt das nicht, dass es für alle hier ein Problem ist. Wir gehen jetzt getrennte Wege, okay? Er ist so gemein. Okay, ich habe dem Schicksal jetzt nochmal ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Wir werden jetzt nochmal hier hochklettern, weil er es eben natürlich nicht geschafft hat. Der nächste Morgen bricht an und er denkt, so jetzt ist meine Chance. Weil vielleicht wisst ihr, worauf ich hoffe. Und Annie geht es einfach nur schlecht. Also sie ist total müde, stinkt, hat Hunger, muss auf Toilette. Und er versucht immer wieder, diesen Berg hochzuklettern. Und das Wetter beruhigt sich einfach nicht. Es gibt keine Chance für die beiden, wieder nach unten zurückzukehren. Und Makoto gibt sein Bestes, endlich diesen dämlichen Berg wieder zu erklimmen. Und Annies Familienmitglieder versuchen alle, sie zu erreichen, weil natürlich zu Hause wildere Aufruhr ist, weil Lou weiß, dass sie hier oben auf dem Berg ist und nicht zurückgekehrt ist nach diesem Ausflug mit Makoto. Wir tun jetzt einfach so, als wenn Makoto hier runtergefallen ist. Und der ist ohnmächtig geworden. Und Annie macht sich natürlich Sorgen und weckt ihn auf. Makoto, du musst aufstehen. Wir, oh mein Gott, das ruft auch noch an. Wir müssen versuchen, zurück nach Hause zu kehren. Ich, ich halte das nicht länger aus. Mir ist so furchtbar kalt und ich, ich will nach Hause. Ja, dann geh doch nach Hause. Eigentlich, naja, wollte ich gerne, dass gewisse Dinge passieren. Annie ist auch ohnmächtig geworden und es wird von Sekunde zu Sekunde anstrengender hier oben. Makoto haben seine Kräfte verlassen. Er schafft es immer nur ein paar Meter den Berg hinauf. Und plötzlich, oh nein! Ich wollte, dass er dramatisch stirbt. Ich hab's verkackt. Makoto bewegt sich plötzlich nicht mehr. Ich schaff's immer wieder, ne? Naja. Und Annie ist natürlich jetzt super verzweifelt, aber sie muss an ihr eigenes Überleben denken. Und kehrt deswegen alleine zurück an den Fuß des Gipfels und hinterlässt Makotos Leiche hier oben auf dem Berg von Mount Komorabi. Und völlig erschöpft stapft sie Fuß vor Fuß zurück nach Hause und versucht immer wieder auf ihrem Handy irgendwie eine Art Empfang zu bekommen und sucht den Weg verzweifelt. Denkt einfach nur an ihre Familie und will zurückkehren nach Hause und das alles hinter sich lassen und denkt einfach nur, das war so eine schlechte Idee. Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen. Jetzt ist Makoto da oben und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will nicht enden wie er. Und sie läuft weiter und weiter und weiter und läuft immer wieder im Kreis und ist wieder bei ihrem Schneemann angekommen und es wird von Sekunde zu Sekunde schlimmer. Sie bekommt immer mehr Hunger und da plötzlich hat sie das Gefühl, das Wetter klart ein bisschen auf. Sie sieht eine Chance und ihr Lebenswillen ist so stark, dass sie weitergeht, immer weiter. Denkt an Olaf, denkt an Lou, denkt an Janet und den Rest der Familie, denkt an Elliot und endlich kehrt sie zurück nach Hause. Okay, also ich hoffe, es war euch nicht allzu dramatisch. Es war natürlich sehr dramatisch, aber das soll es ja auch gewesen sein. Dass Makoto jetzt gestorben ist, ist natürlich nur so das E-Tüpfelchen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das jetzt so gelöst habe, aber ich fand es einfach logisch, dass da noch was Dramatisches passiert, weil sonst ist es einfach kein Schlüsselerlebnis so. Dieser grausame Tag auf dem Gipfel von Mount Comoraby und Makotos Überheblichkeit, die dann eben mit dem Tod bestraft wurde und keiner weiß so richtig, was mit ihm da oben passiert ist. Das ist ja traurigerweise leider wirklich so, wenn man sich mal durchliest, was täglich oder immer am Mount Everest zum Beispiel passiert, dass Leute sich eben überschätzen und dann da eben hochwandern. Also es sind wirkliche, echte Schicksale, die so passiert sind und ja, irgendwie war das dann jetzt die Geschichte von Makoto und Annie und wir können einfach nur froh sein, dass Annie es nach Hause geschafft hat und sie könnte nicht glücklicher sein, ihren Hund zu sehen und der Gedanke an ihn hat sie natürlich nach vorne getrieben, nach Hause zurückzukehren und sie wird einfach nur ohnmächtig. Guck mal, wie Olaf sich freut über sie. Oh mein Gott. Das war wirklich, wow, das war wirklich sehr, sehr dramatisch und ich glaube, ein sehr prägender Moment für Annie und da wird sie wahrscheinlich auch noch eine Weile brauchen, um das zu verarbeiten, aber ich denke, nee, sie wird auch nicht duschen gehen, sie braucht jetzt erstmal sehr, 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 sehr viel Schlaf und wird jetzt ins Bett gehen und ihre Kräfte wieder aufladen und einfach versuchen, das Ganze zu vergessen und ein bisschen wieder zu sich selbst zu finden. Okay, also ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass euch die Geschichte so auch Spaß gemacht hat und dass ich sie irgendwie schlüssig erzählt habe. ich finde es sehr, sehr cool eigentlich und auch sehr passend und bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt und bin gespannt, wie der Weg weitergehen wird, was ihr euch jetzt noch so wünscht für Annies Geschichte. Ich hoffe natürlich, dass sie daran nicht zerbrechen wird. Ich meine, sie ist jetzt schon paranoid. Ich glaube, sie muss da jetzt erstmal wieder eine Menge aufarbeiten, aber wenn es irgendwer schaffen kann, dann Annie. Also sie ist so eine selbstbewusste, starke Frau und hat schon so viele Schicksale wegstecken müssen und ich glaube, der Gedanke an ihre Mom hebt sie da auch wieder auf und ja, ich bin wie gesagt sehr, sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Schreibt mir all eure Story-Vorschläge gerne noch in die Kommentare. Ich hoffe, dieser Part ist nicht ganz, also allzu kurz geworden. Ich kann das gerade sehr schwer einschätzen, weil ich halt so starke Storytelling in dieser Episode jetzt hier gemacht habe. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie lang der Part ist, aber beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein ganz normales Video. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und wünsche euch dann jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi!